Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16 und mein Gegner ist wieder der Onkel. Ha, 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 li, 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 ha, lo, ho, 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 hollöschen. Willkommen zur vierten Runde bei WWE 2K16 beim Turnier. Genau, jetzt geht es in der nächsten Runde und ich hatte The Rock mitgenommen das letzte Mal, weil sie es noch nicht gesehen haben. Ja, dann würde ich sagen, Rivano, du darfst wählen zwischen Ryback und Victor. Ich nehme Ryback. Dann geh bitte nach links. Oh Mann, ey. Hä, Freunde einladen? Nichts Freunde einladen, ich will da hin, hä? Achso, Platz wählen jetzt. Jetzt kriege ich den scheiß Victor wieder, das ist doch zum Kötzen. Mhm, aber Wildback, ich habe Angst, ey, ich muss das mal wieder gewinnen. Die letzten zwei Male, ja, ihr habt es ja gesehen, der Onkel war böse. Ja, du hast jetzt mal schön die letzten Parts verraten, du Nase, hörst du jetzt mal auf? Ja, Mann, der soll die auch gucken. Ne, dass die, ja, ich will jetzt einfach nur gewinnen, finde ich so. Das ist zu spät, Rivano. Ist alles verloren. Ihr könnt euch die letzten zwei Parts nicht mehr angucken. Ey, Quatsch, klar könnte er, ja, sicher. Waren auf jeden Fall sehr gut, hartes Gemetzel. Ja, war sehr gut, sehr gut. Sogar ein Tisch war dabei. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber in welchem Match findet ihr selber raus? Guckt sie beide an. In einem Match mit einem Tisch. Okay. Ja, hallo, kann ich dich packen und wegwerfen? Ja, kann ich. Wie könntest du? Wo bin ich? Ach, oben. Ich bin auf der Seite jetzt. Warum oben? Ja, ja, ich hab auf der falschen Seite. Aber ist doch bloß links und rechts, wieso oben? Naja, ja, links halt oben. Ey, was ist jetzt mit dir kaputt? Ach so, äh, Entschuldigung. Ja, krasselt mal aus hier. Er schlägt mich dreitausendmal. Ich denk, was hat er denn jetzt? Boah, jetzt sitzt du was kurz, äh, brr. Boah, Junge. Ja, hier. Das müsst ihr erst mal den Schmerz fühlen. Nö. Jetzt wirst du erst mal umgeknickt hier. Ah. Kakgachi. Ah, ah. Gibt's einen Wayback-Schlag. Mein Gott. Das tut voll weh. Ein Wayback-Schlag. Ja, so gefällt mir das. Oh, nicht schlecht. Und BAM. Jetzt geht's los, liebe Freunde. Gemetzel on-stop hier. Non-stop. Haha, non-stop. Was hab ich dir gesagt? On-stop. Also. Oh, ach nee. Ich hoffe, das gehört dazu, oder? Hehehehe. Jetzt kommt wieder so ein Move, der drei Stunden geht. Geil. Und BAM. Der Kopfknacker. Auch genannt. Sehr böse. Hä? Ah, mein Wayback ist schon wieder bewusstlos. Aber du selber auch. Ah, voll. Jetzt zieht er mich erst mal hier durch die halbe Arena. Ach, komm. Steh auf und kämpfe. Ah. Steh auf. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Hoffentlich geht er durch. Au. Hab ich dich jetzt getroffen am Rücken? Ja. Das sah so lustig aus. Boah, das sind richtige Tritte, du. Von so'n Bär. Kommt erst mal ein Würgegriff hier. Die beißende Schlange nenne ich den Griff. Wie ich dann deinem Schulter meine ganze Kraft ausverpowere. Oh, oh, oh. Hast du ge... Oh, oh. Och, nein. Ich hab extra den langsamen Move genommen, der nicht so lange dauert. Deine Finger, wie die da am Zappeln sind, das ist so geil. Ach, das macht schon Spaß. So, jetzt kriegst du erst mal ein bisschen auf die Nase hier. Boah, das wird so ewig, wenn ich mit dem hässlichen Victor. Hm. Hä, warum hat der jetzt... Ich hab aber kein Konter abgezogen bekommen. Ach so. Okay. Das ist merkwürdig, oder? Oh, das sieht aber schlecht aus für mich jetzt. Ja. Ich hab... Wieso Konter abgezogen, versteh ich gar nicht. Mich hat's kein... Warum du überhaupt da rausgekommen bist. Ja, aber dass das überhaupt geklappt hat, ist sehr komisch. Ja, ich hab aber... Okay. Hm. Dicker Whiteback, steh auf. Sein Mann. Dicker Whiteback, dicker Whiteback, la la la. Hey, hey, hey. Bis irgendwann. Ich hab dich schön. Aber ich hab kaum Energie da. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm. Deine Geräusche immer dabei. Das ist traumhaft. Oh, wunderschön. Wieso bist du schon wieder wach, ey? Komisch. Ich bin doch der Victor. Victor. Ja, aber trotzdem. Der Victor kommt. Ach, Mensch. Hat er mich da runtergekickt. Der Victor ist so böse. Na gut, Hauptsache ich hab meine Energie letztlich langsam wieder auf. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool. Mhm. So, zwei bis drei Prozent. Inside the Wing. Ich hab doch X gedrückt. Ich bin doch gar nicht gerannt. Wieso? Das ist total komisch. Normalerweise hätte ich nicht fliegen müssen. Was? Ja, so ganz merkwürdig hier, was hier abgeht. Ui. Aber ich hab gar nicht gekontert. Was? Der macht den Kötter. Das ist voll geil. Na gut. Lassen wir es mal so stehen. Ach, ja. Scheiße. Ich glaub das war mein, ähm. Mein Dings ist weg, ne? Was ist dein Dings weg? Ja, hier mein S hast du glaub ich grad gebrannt. Ne, du machst grade im... Ja. Wie heißt der? Ja, Comeback. Aber meiner kommt Comeback gar nicht raus. Ja! Ja! Ach komm! Jo! Jo! Ach! Ich hab noch seinen Finisher gekontert, ne? Und trotzdem haut er mich. Unglaublich. Aua! Heiliger Drop! Oh ja, der übelste Angriff überhaupt. Der Nacken-Crusher. Jo, danke. Ja. Mann, ich weiß überhaupt nicht was ich machen soll im Moment. Ja, der Victor ist natürlich sehr herausragender Wrestler. Also von daher... Der Victor! Der Victor! Ja! Ja, der Victor. So ist er nun mal, ne? Ich hoffe der geht wenigstens durch meinen Finisher. Ja. Ja. Du Paner warst ja noch im Finisher. Ja, ich glaub... Ich glaub der geht durch, ja. Oh! Herrlich! Und jetzt bitte komm! One! Two! Nein! 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 Er ist rausgekommen! Da! Nein! Ah! Das ist scheiße! Wollte nicht, dass der rauskommt. Ah! Geht doch! Geht doch! Mann! Warum muss ich dann immer so viel Mist machen, bis das funktioniert? Ja! Wegen dem Mist machen, Mulders! Meiner rastet voll aus hier! Und gibts dir! Jetzt steht er immer mal rum! Ja, ich muss Ausdauer, brauch ich! Oh! Der Kopf muss... Ich hab wieder nix gemacht! Ja, das ist komisch hier. Das ist ja... Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig hier. Hast du wieder im Skript umgearbeitet, ne? Ja. Ach man! Bäm, Junge! Das war mein Signator. Okay. Sehr schön. Hm. Bin grad verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Signator war. Hm. Nee, 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 nee. Und nochmals nein. Was zum Teufel war mein Signator, liebe Freunde? Wisst ihr das noch? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Was, äh... Aua, du Sau! Und das war deiner, oder? Ja. Hm, ich coverst du mich nach dem Signator schon? Ach... Du geile Scheiße. Ja, macht alles durcheinander, hier der Onkel. Und... Da hab ich ihn! Da hab ich ihn! Au! Oh, bitte lass den durchgehen! Bitte lass den durchgehen! Bitte lass den durchgehen! Bitte lass den durchgehen! Bitte lass ihn durchgehen! Bitte lass ihn durchgehen! Ja! 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 Ich hoffe ich krieg mal wieder eine Siegesserie, sonst... Ich werd ja langsam trauen. Boah, weil er zwei... Ja, ja! 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 Und jetzt... Eins! Zwei! Bitte, 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 bitte! Ja! Ich hab den Wipe bei mir! Oh, Gott sei mit mir! Oh, herrlich! Ja! Traumhaft! Ich glaub, warst du jetzt? Nee, ich war dran, ne? Aber du darfst trotzdem noch was sagen! Oh, Gott sei denn! Das ist echt nett von Rivanne, dass ich noch was sagen darf! Ja! Ja! So sieht's aus! Ja! Ge-Widebacked wurdest du! Genau! Mein Glücksbringer-Widebacked! Das ist jetzt durch! Wirst du langsam schwer werden dann, für den lieben Ryeback! Glaub ich aber allerdings auch! Aber die nächsten Gegner haben's echt gewaschen! Ich bin gespannt, wer es jetzt kommt! Ich frage! Heißt das so? Haben's echt gewaschen? Die sind echt gewaschen! Du bist doch gewaschen! Nee, die haben's in sich! So heißt's, oder? Die haben's nicht gewaschen! So heißt's! Von alleine oder was? Die Waschmaschine? Ich weiß nicht! Wie machst du sie morgen? Duschen! Waschmaschine! Okay! Ja! Gut, liebe Freunde! Ich war ja auch dran! Dann würde ich sagen, wenn der Onkel... Ja! Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder! Schaut auf jeden Fall bei GammaShackLP vorbei! Und bei mir! Ja! Und dann würde ich sagen, bis morgen! Und dann geht's spannend weiter! Oh yeah! Ciao! Ciao! Ja! Ja! Dann geht's auf jeden Fall! Tschüss! Haha! Suck!